Musik Zum letzten Spiel der Runde in der Landesliga 1 Es war Almasbach gegen den TSV Schombach Ich darf Sie alle ganz recht herzlich begrüßen Am Sonntagut gegen den Schiedsrichter Stefan Jeninger und seinen Gastmann Christian Katze und Alexander Stotter Die Mannschaften stehen sich im Volk gegenüber Der Gast der TSV Schombach spielt in folgenden Ausstellung mit der Nummer 24 Dennis Meier mit der Nummer 6 Nikolai Specht mit der Nummer 9 Pascal Hasert mit der 90 Nico Grassi Der TSV Schombach hat folgenden Auswegspieler mit der Nummer 1 Kevin Stumbruch mit der Nummer 7 Sören Kanabi mit der Nummer 17 mit der Nummer 37 Dario Niesmann Dario Niesmann Ja! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.